ich mach mal direkt weiter mit dem nächsten part und zwar die 196er quest wir müssen wieder zum tower wir sehen es da ihr im letzten part schon den langen weg gesehen hat sehen wir uns gleich dort wenn ich angekommen bin ciao ich meine bis gleich so da bin ich auch fast wie immer hier geht es ja rechts runter hier durch die mitte wo am meisten ob sind doch in den torm rhein gucken was teiler die zwei mächte capella deshalb nur capella ok wir haben seine nation gewählt wirklich geiler aus das ist geiler ich bin froh dass wir eine frau haben und das sind 12,8 milliarden das bringt 6 prozent 6 und halb prozent 6,4 ja das war ein kurzer partner ich weiß wir sehen uns dann mit der 197 quest tschau